Weil der Kirsch ist im Spiel das Spiel. Er rennt jetzt runter. Er blutet voll. Er rennt vor mir weg. LOL Richtig, richtig. Er lädt nach. Er rennt gleich raus. Alles klar, du musst ihn dahin locken wo du herkamen. Da ist aber auch ein anderer Spiel mit Lee Enfield irgendwie oder so. Ich schlag grad eigentlich mehrere Male auf hinein. Am Bürogebäude. Warte ich geh jetzt erstmal raus. Warte ich verbinde mich jetzt erstmal. Ja ich seh dich, ich seh dich. Du an der Ecke der da steht, ne? Draußen. Rechts neben der Tür bist du, ne? Boah, er ist geschossen. Du hast gemützelt mann. Ist er oben im Turm? Seh nicht. Der ist raus gerannt, der ist draußen, der ist draußen. Nein. Seh nicht. Der ist wieder drin, der ist wieder drin, der verfolgt mich. Pass auf, ich bin jetzt als erster der rauskommt. Ja. Und jetzt als mutter. Da kommt er, da kommt er. Der ist hinter mir. Ja, schieß, schieß, schieß. Nice, 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 nice. Schieß drauf. Jetzt auf die Tür, halt auf die Tür drauf. Kommt her, der hat nur ne Crowbar, der hat nur ne Crowbar. Hier ist noch ein anderer Spieler in der Stadt mit ner Waffe. Der hat nur ne Crowbar, kommt her. Da ist aber trotzdem ein anderer Spieler in der Stadt, der hat ne Waffe zwischen dir und mir. Ja Gott. Egal. Wenn auf uns zu. Wenn auf uns zu. Wenn du verfolgen sie schießen willst. Come on bitch. Come on bitch, sagt er. Jetzt komm her. Du sollst uns zu uns locken, wir werden uns nicht dahin bewinken. Der ist ein Typ mit ner Waffe. Hol dir die Waffe von Martin ab und komm zurück und schieß ihn. Ah warte, ich vielleicht den Spieler hier in der Stadt. Ich treffe ihn eigentlich die ganze Zeit. Aber der stirbt nicht. Du brauchst die richtige Entfernung, dass zingen macht. Das macht ja zingen. Ja die Crowbar ist eh stark. Halt mal das Bürogebäude in den Augen. Jetzt ist er draußen auf der anderen Seite aber. Hä? Auf der anderen Seite nicht auf der wo er gerade war draußen. Jetzt kommt her. Nein nein nein. Oh den Server. Mann komm du her Junge. Du willst uns töten. Habe ich das Gefühl. Oh stellt euch die Hand zu an. Ja stellt euch die Hand zu an. Komm mal. Haha der rennt die ganze Zeit weg und sagt come on. Ende einfach hin und bring ihn um. Der geht ja nicht. Ja doch. Hör ich trifft. Machen die übelste Dogfight. Machen die übelste Dogfight. Müssen wir doch aufmerken weil das wieder übelste YouTube YouTube Stoff hat. Komm. Der ist doch. Der kommt nicht. Hahahaha. Was? Oh man ey. Jetzt rennt er. Hey du bist hier. Ey der ist da draußen. Ey watch out. Der der der. Pass auf. Da ist einer reingerannt. Mit einer. Ja von dem Typen habe ich Angst. Der ist grad reingerannt. Er ist da draußen. Du bist da draußen. Ja ja ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Ich hab meine M9 Ammo vor ihm. Jetzt reden die. Ich hab meine M9 Ammo vor ihm. Oh hey komm mal. Die sind beide da drin. Ja. Der mit der Lee Enfield hat wahrscheinlich auch nicht mehr viel Munition habe ich das. Der mit der Lee Enfield ist auch da drin. Wenn ihr jetzt kommen würdet oder und einer überwacht. Der Server startet eh in fünf Minuten neu. Fuck. Zehn. Ja zehn. Ich will mein ganzes Quid mit mich wegen deiner Laune da. Ich werde jetzt trotzdem meine Puls tun als Wasser wegwählen damit ich einen besseren Pulspulsen habe. Kannst du ja in den Wald zur Scheune gehen Marcus. Ja ich geh nein 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 nein. Ich geh nein nein nein. Ich geh nein nein. Ich geh nein nein. Ich geh nein nein. Ein paar Bäumen einfach hin. Ein bisschen Nähe auf die. Ein bisschen der Rauch weg. Wenn ich nur ein besseres Schusspuls mache dann kann ich die wegballern. Da bist du mit der Headshot, ich fühl dich. Wir wollen vielleicht gleich raus. Hinter dir! Schieß sie ab! Schieß sie ab, schieß sie ab, wir werden jetzt hinter denen her. Oh, many times is he gonna miss, sagen sie dann. Ja, 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 ja. Lass nicht mehr auf dem Schieß. Ich schlag grad auf ihn ein. Ja, 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 er ist tot, er ist tot. Wo sind die, wo sind die jetzt? Zwischen Fall ist echt um Büro gebeutet. War das denn mehr mit der Waffe? Das war der ohne Waffe. Der andere kommt, der andere kommt. Wo? Bewach mich, ich hab den nur auf mich zurennen hören. Friendly. Ich glaub der ist im High Value. Ja der ist im High Value. Wenn der oben häng ich, ist er weg. Help me, somebody shot at me. Da ist er raus gerade, das ist drin, der ist drin. Ja. Sehen. I'm down here. Der denkt ich bin das, der denkt ich bin der anderen. Hinter dem High Value rechts ist einer durch den Gang. Durch den Gang rennt er gleich. Er sagt gerade, one second. Help me, ich bin in der Office. Wann mach ich auf, one second? Nein, er sagt zu mir, one second. I help you in one second. I'm at the roof of the office, dude, help me. I'm at the roof of the office, dude, help me. I'm at the roof of the office. I'm at the roof of the office. I'm at the roof. Nobody shooting at the moment. But I heard shots. I'm coming. I'm coming. Er kommt, er kommt. Ja, ja, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Lass ihn, lass ihn, noch nicht schießen, noch nicht schießen mehr. Richtig. Are you bleeding? Lass ihn auf, lass ihn hoch. Nein, lass ihn, komm. I'm at the very top. I'm at the upper top. Oh, alright, alright, alright. Er kommt, er kommt. Lass ihn noch, erst den trip hoch. Ja, ja, er hat ihn getroffen. Ja, ich hab ihn. WTF, dude, WTF? WTF? I'm getting shot at. Er ist tot, er ist tot. Ich hab's auf YouTube. Er hat geschrien. Er hat geschrien, als er starb. Okay, ich zieh mich zurück in den Restart. Ich versuch ihn schnell zu looten, bevor er Restart kommt. Er schreit, jetzt zurück, zurück. Scheiße, wirst du missen. Weil, ich komm hier nicht runter, ich komm hier nicht runter, doch jetzt. Warte, bitte, bitte bewacht mich noch. Ja, ja, mach ich. Alter, wie geil, oder wie lustig. Ihr wisst euch, dass ich Lattes nachher bucht. Das ist so lustig, Mann. Das ist so lustig, ne? Wir haben voll den guten Charakter von dem ausgenutzt. Wie böse. Ich hör hier einen rennen, ne? Er könnte Zombie sein. Der hat Antibiotikum, lol. Das war, glaube ich, schade. Was? War das schade? Ich guck gleich mal. Check my backpack, der ist ein bisschen mean shit in der, ... ... ... ... ... Hier rennt einer rum hier unten. Das könnte ein Zombie sein, die rennen gerne rum. ... ... Ich glaub, das ist kein Zombie. ... ... ... ... ... Der hat ein Zelt gehabt. Hier kommt einer hoch gerannt, doch. Geh nach oben, geh wieder nach oben, ich deck dich. Geh nach oben. Da ist er. Hast du Waffen? Ja, der hatte eine Waffe. Geh nach oben, Mann, ich deck dich. Ich hab ihn, glaub ich, getroffen. Lol, ich bin, nein, ich bin ganz komisch aus dem Auto gefallen und kann weiterfahren. Jetzt bin ich tot. Könnt ihr das sehen? Nee. Das Auto ist bis an die Straße gefahren. Ja. Prüft noch Autos bitte, ich hole noch. Hallo, er ist tot, Markus, zum 10. Mal. Ja, aber ich möchte wissen, was Auto jetzt steht, damit ich die Typen melden kann, die ich suchen möchte. Das Auto sieht man von hier nicht, weil er das irgendwo im Nirgendwo hat. Nein, ich hab das noch bis an den Rand gefahren, wenn das jetzt noch gefahren ist, wo ich Dinge zwar... Das ist immer so lustig. Ja, Mann. Da muss schneller loaden. Ganz ehrlich, du musst mal ernst gespielen, Paddy. Ja, ich glaube, dass du tot bist. Du hast immer so ernst gespielt, und jetzt? Das ist ein Second-Server. Ja, das ist genauso ein Main-Server wie jeder anderen. Das ist nur der bessere Main-Server, weil die Ladezeiten nicht so lang sind. Ja, jetzt ist die. Ja, das ist auch noch ein Typ. Ja, da ist auch noch ein Typ. Da will ich noch ein Typ.